Ja, okay, okay, tschüss! Taxi! Warte! Oh, was war denn das jetzt? Wir müssen die Polizei rufen. Ja, jetzt aber schnell! Ja, das ist da. Ja. Ey, kannst du mal rechts ranfahren, mein Arsch tut echt weh. Warum? Mir wurde in der letzte Woche in den Arsch geschossen. Nicht dein Ernst? Doch, und jetzt habe ich ein Loch da drin. Du Armer! Ja, echt! Okay. Und warum fahren wir jetzt nicht ran, wenn ich fragen darf? Weil es keiner interessiert. Ey, lass mich hier in Ruhe! Nö. Oh, wir scheiß wollen! Ja! Guten Abend bei den New Yorker Flechnuss. Der meistgesuchte Verbrecher wurde heute Mittag am Bordray festgenommen von Boiski und Kluski. Er ist auf dem Weg ins Hochsicherheitsgefängnis in Russland. Die Entnahmen der Beamtinnen sind allerdings geheim und dürfen niemals ausgesprochen werden. Ich übergebe jetzt an Boiski und Kluski. Es ist jetzt offiziell. Wir haben den Schwerverbrecher in unserer Gewahrsam. Es war ein schwieriges Unterfangen, da wir nicht wussten, über welche Fähigkeiten der Schwerverbrecher verfügte. Er ist jetzt auf dem Weg nach Russland in einem Hochsicherheitsgefängnis. Dort wird er gut aufgehoben sein. Wie mein Kollege jetzt schon gesagt hat, ist der Verbrecher auf dem Weg in ein Hochsicherheitsgefängnis. Morgen auf einer Pressekonferenz wird weitere Infos zu dem Fall geben, wie es weiterlaufen wird. Von dem New Yorker Polizeiprädent. Leider kann ich Ihnen keine Infos mehr über den Fall geben, weil wir dazu verwichtet sind zu schweigen. Man rechnet damit, dass er eine lebenslange Haftstrafe bekommt. Ja. Und mein Mann, was habe ich bloß gemacht? Ich bereue es jetzt schon.